Das sind die beiden Mannschaften, SV Brixen im Tunnel und BGT, die stellen sich heute gegenüber. Ja! Oh! 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 Ich bleibe hier! Ich bleibe hier! Oh! Oh! Ich hätte dir! Übernehmen dich! Oh! 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 Ich muss draußen, ich muss draußen! Ich reite nicht so schnell! Menschen mitzunehmen! Ja! Komm, Herste, Herste, Herste! Waffen sie da hin! Ja! 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 Ja... Ja! Geh, 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 geh! Everybody, everybody! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Weid! Jaaa! coordnen und drinnen! Sie burdenen! Vierzony! Bei uns geht es vorbei. Nun geht es frei ab! Was heißt das frei? Zu werfen! Ja! 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 Superboy! Ja! 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 Hey, Guillaume! Aargh! Iiis! 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 Vielen Dank.